Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Dienstag, der 30. Januar 2018. Und ihr hört die Geek Talk Daily 299. Heute habe ich die folgenden Themen mitgebracht. Anti-Update, Edge, US-Soldaten, Bulletin, wenn man es denn so ausspricht, Lenovo und WhatsApp. Beginnen wir gleich mit dem Anti-Christ, äh Anti-Update. Mit Microsoft hat reagiert auf die Intel-Warnung mit dem letzten Patch für die Spectre-Sicherheitslücke und hat, wie gesagt, ein Anti-Update ausgeliefert, das die Patches von vorhin wieder deaktiviert, damit eure Rechner, wenn sie dann nicht schon sind, nicht in der Bootschlaufe gelandet oder landen werden in Zukunft. Und somit, ja, aktuell gibt es ein bisschen viel Updates und De-Updates und so weiter. Seid vorsichtig, lest euch ein bisschen ein, aber vor allem macht Backup, bevor ihr Updates einspielt. Ist immer von Vorteil. Gehen wir über zu Android und iOS, denn die beiden können jetzt seit kurzem offiziell und richtig und sowieso Microsoft Edge, den neuen Browser, eben auch auf dem Android oder auf dem iOS nutzen. Wer es noch nicht ausprobiert hat und sowieso mit einem Windows 10 Rechner unterwegs ist, sollte sich das anschauen, denn persönliche Meinung, viel der bessere Browser als die andere Geschichte. Aber eben, schaut es euch an. Wie gesagt, wenn ihr unterwegs seid mit Windows 10 und da auch den Edge nutzt, habt ihr diverse Möglichkeiten, wie Tab-Übergabe und so weiter, Synchronisation von Bookmarks, Passwörtern etc., Leseliste etc. Alles geht in einer Hand drüber und läuft viel, viel einfacher und simpler. Gehen wir weiter mit den amerikanischen Soldaten. Wer ein Fitbit und ähnliche Tracker nutzt, weiss ja, dass seine Daten da in der Cloud gespeichert werden, dass da nicht nur Statusstände wie Herzfrequenzen und Schritte etc. hinterlegt sind, sondern auch GPS-Daten. Wer Strava und ähnliche Dienste nutzt, kennt das, weil der veröffentlicht das ja teilweise selber und auch öffentlich. Und ja, jetzt hat man herausgefunden, dass teilweise Soldaten, das heisst teilweise, dass es in grösseren Mengen Soldaten, deren GPS-Daten von ihren morgendlichen, abendlichen, was auch immer, für Fitnessläufe oder für Läufe in diesem Web gelandet sind. Und das ist natürlich, ja, nicht ganz so ideal, wenn man bedenkt, dass die ja vielfach in Kriegsgebieten unterwegs sind und vielleicht da dann auch andersweitig benutzt werden können. Big Data ist eine tolle Sache, aber kann auch, ja, eben andersrum ausgelegt und genutzt werden. Dann möchte ich das nächste Thema einläuten mit einem Tweet vom Raydan, äh, Raydan, Daniel Ray. Früher hat man gewafft, geplust und geallot, jetzt Bulletin, was Bull, Bulletin, genau eben das andere Wort, Mann. Google hat was Neues angekündigt, denn sie möchten es nochmals versuchen mit so einem Social Network. Diesmal nicht ein globales und alles umfassendes, Facebook-killendes Teil, sondern es soll in eurer Stadt, in eurem Dorf, in eurer Region, so ein, ähm, ja, eben ein regionales Social Network werden, wo ihr und eure Leute in der Gemeinde, in der Stadt Nachrichten reinposten könnt, Geschichten reinposten könnt, die sonst nicht irgendwo in der Zeitung oder sonstigen Dingen gelandet wären und dann aber dennoch auch von außen gefunden werden kann. Interessanter Ansatz, ob es das was werden wird bei Google, weiss man ja nie. Ich hoffe mal schwer, dass es keine solche Todgeburt wird, wie Google Plus eigentlich schon seit Anfang an war, zumindest im Globalen gesehen. Lenovo hat sich auch nicht gerade mit rumbekleckert, die haben ja einen Fingerprint-Sensor auf gewissen Geräten und das ist ja keine doofe Sache, sondern anders gesagt eine sehr praktische Sache, aber der Messenger, oder der Manager, der da dahinter steckt, der Fingerprint-Manager Pro, in der letzten Version hat eine sehr, sehr böse Sicherheitslücke. Die ganzen Passwörter wurden, ja, viel zu schwach verschlüsselt. Die kann man auslesen und eben nicht nur das, sondern dann hat man gleich auch Logindaten, Bankdaten, etc., alles Mögliche. Das sollte eigentlich nicht sein, liebes Lenovo. Die Nutzer von ThinkPad, ThinkCenter, etc. Stationen sollten sich das Ganze anschauen und das neueste Update einspielen und ja, vielleicht auch, ja, das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen, wie die Daten da hinterlegt sind. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten für alle diejenigen, die mit CarPlay, dem Apple-Autosystem, unterwegs sind, denn die können jetzt mit dem neuesten Update endlich, wenn man es dann nutzt, auch WhatsApp-Messages empfangen. Na dann, auf mir Messages während dem Autofahren. Liebe Leute, wenn ihr Auto fahrt, schaut nicht auf Messages und so weiter. Macht das Ganze über Siri oder lasst es besser sein. Das waren meine Neuigkeiten für den heutigen Tag. Ich bedanke mich vielmals fürs Reinhören. Morgen am Mittwoch bin ich wieder für euch da und ja, wir hören uns wieder. Euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.